Liebe Zuschauer, Dr. Wolfgang Wodag hat sich nicht nur als Internist, Lungenfacharzt, Hygiene- und Umweltmediziner einen Namen gemacht, sondern auch als kritischer Publizist. Schon seit der Schweinegrippe war er eine wichtige und gewichtige Stimme der Vernunft gegen die Panikmache der Regierenden. Und das war natürlich auch während der Corona-Zeit der Fall. Und er war einer der allerersten Warner aus der Ärzteschaft und ist nach wie vor einer der bekanntesten Maßnahmen und Impfgegner. Und hier beim PatoVac-Kongress nimmt er sich vor allem den Plänen der WHO an und sich hier jetzt für uns ein wenig Zeit. Und darüber freue ich mich wirklich sehr, Herr Dr. Wodag. Danke. Danke für das Interesse. Das Thema des Kongresses lautet ja Covid-19, drei Jahre geiselhaft. Möchten Sie für unsere Zuschauer in Kürze die letzten drei Jahre einmal Revue passieren lassen aus Ihrer Sicht? Ja, also ich habe ja ziemlich zu Anfang schon das beobachtet, was da so offen zu kommt und habe es verglichen mit dem, was ich so in der Infektiologie, in der Epidemiologie alles bisher erlebt habe. Und habe die Reaktion der Player, die da eine Rolle spielen in den Behörden und in den Regierungen, die ich ja auch kenne, habe ich dann mit Verwunderung beobachtet, besonders ab März 2020. Da habe ich die Welt plötzlich nicht so richtig mehr verstanden. Dass man Panik macht und Angst macht und da irgendwelche Medikamente dann verkaufen will, Spritzen oder mit Tabletten, das habe ich ja schon mehrfach erlebt, Vogelgrippe mit Tamiflu oder die Schweinegrippe mit den Impfstoffen dort. Also da wird einfach nur die WHO gebraucht, um Angst zu machen, damit man seine Medikamente losführt. Nun gab es bei Corona ja noch keine Medikamente, sondern was man gemacht hat, man hat die Maßnahmen, von denen ich wusste, dass sie nichts bringen, wie zum Beispiel die Maske. Das ist natürlich als Arzt für Hygiene, als der Krankenhaushygiene gemacht hat, wo Masken ja auch manchmal sinnvoll sind. Weiß ich, wann man Masken nimmt und wann man sie nicht nimmt. Ich kenne die wissenschaftliche Literatur und habe mit Staunen gesehen, wie plötzlich Leute, die keine Ahnung davon hatten, den Leuten erzählten, dass sie dieses Ding immer aufsetzen mussten. Das war absurd. Und als das dann mit der Impfung losging nachher, das fing jetzt schon ziemlich früh an, wie das der Bill Gates da gesagt hatte, wir müssen sieben Milliarden Menschen impfen. Da dachte ich schon, oh, da hat er ein Geschäft im Auge wieder, was er mithilfe der WHO wieder umsetzen möchte. Ich wusste, dass er einer der Hauptsponsoren ist bei der WHO und seine Organisationen auch, mit denen er zusammenarbeitet. Daher war mir das also die Interessenlage ziemlich klar. Ja. Und ich weiß auch, dass einer, der investiert in Impfstoffe, dass der davon lebt, dass die Aktienkurse steigen. Und bevor die Leute merken, dass da Mist verkauft wird, hat er die Aktien schon wieder verkauft. Also das geht ja so, dass man die Wellen erzeugt, auf denen man dann reiten will. Und das können die natürlich. Und all diese Dinge habe ich beobachtet. Und von daher habe ich dann nachher mit Entsetzen gesehen, wie tatsächlich diese Spritzen auch verteilt gegeben wurden. Wie diese Impf-Teams kamen. Ich habe gesehen, wie die Leute, die da mitmachten, mit wahnsinnigen Löhnen, Stundenlöhnen belohnt wurden. Ich habe gesehen, dass die Ärzte 28, über 30 Euro kriegten für eine Spritze, was sie sonst für eine normale Impfung überhaupt nicht kriegen. Und ich habe gesehen, dass das also mit Geld werden alle dazu gebracht wurden, da mitzumachen bei diesem Wahnsinn. Und das war alles, was sehr ärgerlich vor allen Dingen, ich hatte ja auch mitgekriegt, dass 2009 die Gentherapie, die, wenn man sie benutzt, um, dass der Körper Antigene herstellt, also dass der Körper selbst jetzt Impfstoff herstellen soll, dass das dann Impfung genannt werden darf. Obwohl es die gleiche Technologie ist, wie man sie sonst in der Gentherapie benutzt. Und ich war im Robert-Koch-Institut in einer Kommission, die hieß GECO, also Gendiagnostik-Kommission, als Patientenvertreter. Ich habe dort immer mit Humangenetikern zusammengearbeitet, die dann sehr, sehr vorsichtig waren, was die Indikationen für gentherapotische Eingriffe anging. Es gibt ja Erbkrankheiten, wo Kinder dann bestimmte Eiweißstoffe nicht bilden können, erblich bedingt. Und man versuchte und diskutierte dann, ob man sie genetisch so verändern soll, auch durch solche Spritzen, damit sie dann ihre Zellen in der Lage sind, doch diese Eiweiße selbst zu bilden. Und diese Technologie ist natürlich sowas, wir kriegen ja, die Leute kriegen ja jetzt diese sogenannte Covid-Impfung, die ja eine Gentherapie ist, damit ihre Zellen Eiweiße bilden, die sie sonst niemals bilden würden. Und diese Eiweiße sollen dann als Impfstoff wirken, also selbst hergestellter im Körper, hergestellter Eigenproduktion von Impfstoffen. Also es gibt ganz viele Komplikationsmöglichkeiten und da das Ganze experimentell ist und nicht mal im Tierversuch ausreichend getestet wurde, nicht mal im Tierversuch, zum Beispiel das Shedding, das Weiterübertragen, wurde nicht im Tierversuch ausgeschlossen. Das braucht man bei Impfungen nicht, bei Gentherapie muss man das. Und dadurch, dass das umetikettiert wurde als Impfung, ist das alles weggefallen. All diese Risiken, die da möglich sind, hat man völlig ausgeblendet. Wie perfide. Ja, hat die Leute da exponiert. Und ich habe den Eindruck dann sehr schnell gehabt, dass man dort einen Großversuch startet und diese neue Technologie damit ausprobiert bei Millionen von Milliarden von Menschen. Und gleichzeitig wird uns angekündigt, dass diese neue Technologie immer reifer wird und dass man demnächst alle auch alle anderen Impfungen auf diese Technologie umstellt. Ja, das ist das Nächste. Und da sammelt man jetzt offenbar die Erfahrungen. Und wenn die Leute da reihenweise umfallen würden, wenn das also überall so gefährlich wäre, dann würde das auffallen und deshalb, wir haben zwar eine Übersterblichkeit in Deutschland von 30, 40 Prozent. Ja, das ist eine Hausnummer. Ja, das ist sehr viel. Wissen zwar nicht, woher. Das kann man ja durch die Übersterblichkeit alleine nicht feststellen. Also Kausalität ist damit nicht bewiesen. Aber wir haben aus anderen Ländern berichtet, dass eben bei Menschen, die diese Spritze gekriegt haben, dass da mehr Krankheiten sind und dass die häufiger krank werden. Das sind auch mehr Sterben, die diese Spritze gekriegt haben. Und vor allen Dingen in jüngerem Alter. Genau. Da ist es auffällig. Ältere Menschen sterben ja. Weil sie alt sind. Weil sie alt sind und 80-Jährige sterben. Die sind auch vorher schon gestorben. Und es gibt auch solche Sachen, wie wir das im Herbst 20 erlebt haben, dass die Altenheime leer getestet wurden, dass da war ein Pflegepersonal, das ist da getestet worden. Das war dann positiv und da musste das Pflegepersonal nach Hause und da hatten die alten Leute keine Betreuung mehr. Ich weiß. Dann wurden sie zur Not ins Krankenhaus geschickt und auf die Intensivstation mit 80 Euro, das ist ein Todesurteil. Was sagen Sie, als erfahrener Arzt dazu hat es sowas eigentlich jemals schon gegeben? Nein. Nein. Nein, das hat es bisher nicht gegeben. Es war so deutlich, auch in der Zeit, als es losging, 21 mit den Spritzen. Da sah man ja richtig, im Laufe des Jahres wurden bis zu fast 50, 60 Prozent der Bevölkerung schon erreicht mit den ersten Spritzen. Und da sah man, ich habe dann die Zahl der Notfalleinsätze und die Notfalldiagnosen mir angeguckt und habe gesehen, wie das genau parallel stieg. Und zwar nicht die Lungenerkrankung Covid, sagt man, das ist ein respiratorisches Virus, dass die Atemwegserkrankungen mehr werden oder so. Nein, da war nichts. Aber die neurologischen Erkrankungen, Schlaganfälle und sowas wurde deutlich mehr als Notfall. Herz. Und weil auch die Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist, ist ja plausibel, weil durch die Spritzen ja die Innenwände der Gefäßzellen, da geht ja diese RNA rein und dann fangen diese Zellen an, ja diese Spikes zu bilden und werden dadurch so verändert, dass die Immunzellen, die da vorbeifließen im Blut, diese Zellen jetzt fremderkennen und zerstören und dadurch die Innenwand der Gefäße kaputt machen. Und dann kommt es zu Blutungen, kommt es zu Gerinselbildungen und all diesen. Und wenn das im Gehirn stattfindet, dann können sie plötzlich nicht mehr so gut denken. Wenn das in der Niere stattfindet, haben sie da spezifische Veränderungen. Wenn es in den Eierstöcken oder Hoden stattfindet, haben sie Unfruchtbarkeit. Und also je nachdem, wo das, das ist völlig andere, unterschiedliche Symptomatik. Es gibt nicht, da ist eine Spritze und die hat die Wirkung. Gibt es nicht. Sondern ganz viele verschiedene Folgen können da auftreten. Was denn diesen Spritzen zugerechnet wurde, man hat dann ja geguckt, sind Schäden aufgetreten bei Geimpften oder bei Ungeimpften. Und jemand, der eine Spritze gekriegt hat, der galt dazu ungeimpft. Ja, das war ja das. Der war nicht vollständig immunisiert. Und jemand, der die zweite Spritze gekriegt hat, galt bis 14 Tage danach auch noch als ungeimpft. Richtig. Und genau in der Zeit sind die ganzen Komplikationen aufgetreten. So war das. Das waren also dann keine Impffolgen, das waren ja bei Online-Krankheiten nur ungeimpft. Nichts für die Statistik. Die wurden dann sogar manchmal als Covid noch definiert. Wenn es dann gelang, einen positiven Test gleichzeitig zu haben. So wie man ja jetzt viele der Nebenwirkungen ganz einfach sehr gerne als Long-Covid bezeichnet. Long-Covid ist nichts anderes als Post-Vac-Syndrom, ist das richtig? Das ist, diese Differenzialdiagnose muss man machen. Und da ist ja der Arne Burkhardt, der leider jetzt verstorben ist. Das tut mir sehr, sehr leid. Ich habe gut mit ihm zusammengearbeitet. Wir haben uns gerade noch vor einigen Wochen, war noch gar nicht lange her, haben uns getroffen und haben uns Gedanken gemacht, wie man die Differenzialdiagnose am besten systematisieren kann, sodass jeder Arzt Bescheid weiß, wenn das ist, dann kann man am besten das machen. Dass man gezielt danach gucken kann. Und dann hat er eine Handlungsleitlinie gemacht und da hat er mitgeholfen, daran zu arbeiten. Und er hat ja diese Unterscheidungsmethode, ist das eine Folge einer Virusinfektion, wo Corona-Viren da waren, oder sind das nur die Spikes, die der Körper selbst gebildet hat? Das konnte er unterscheiden durch eine immunhystologische Untersuchung, wo er das Gewebe, wo er die Spikes anfärben konnte. Das Eiweiß von den Spikes dann, welches ja ein künstliches Eiweiß ist, das konnte er nach dort nachweisen, wo es war. Und da hat er es überall gesehen, in den Gefäßwänden, im Herzen, zum Beispiel. Beim Herzen sehr viel, in der Lunge, in der Aorta-Wand, mit Aneurysmen oder im Gehirn. Er hat also wirklich sehr, die Krankheitsbilder hat er gewusst und hat diese ganzen Fälle gesammelt. Und zum Schluss nachher waren wir dabei und haben uns gemeinsam überlegt, ob man nicht, auch bei Menschen jetzt, die die Spritze gekriegt haben, die Tatsache, dass die elastischen Fasern in der Haut dadurch, durch diese Spike-Protein auch irgendwie abgebaut werden und verschwinden, zerstückelt sind. Dadurch sehen ja so Menschen, die dir so viele Spritzen gekriegt, eitern die plötzlich ganz schnell, weil die Haut irgendwie so nicht mehr so stramm, nicht mehr so elastisch ist, sehen die älter aus. Und ich kenne viele, die können das den Menschen ansehen, ob sie die Spritze gekriegt haben oder nicht. Also das kann man im Gesichtsausdruck so ein bisschen erkennen. Und da wollten wir jetzt eine Hautbiopsie, ist ja nicht schlimm, wenn man so ein Stückchen Haut rausnimmt. Und man kann sehen, dass die elastischen Fasern typisch verändert sind. Dann kann man da auch dann die Spike-Proteine sehen. Dann hätte man den Hinweis, dass es sich da um einen Schaden handelt, wenn die nach der Spritze kam. Und wenn da jetzt nicht nur das Spike-Eiweiß war, sondern auch das Kapsid, also das heißt die Hülle des Virus, nicht nur die Stachel, sondern auch die Hülle, dann spricht das dafür, dass es ein ganzes Virus war. Das war tatsächlich eine Virusinfektion. Aber das ist eben sehr selten. Aber das hat Anne Burkhardt so verfeinert, die Methode, dass man das eben unterscheiden kann. Und das war ein großes Verdienst. Ihr Vortrag auf diesem Kongress, da dreht sich es natürlich um diese Machtergreifungspläne der WHO. Und auch, wie man diese Pläne abwehren könnte. Würden Sie vielleicht unseren Auf-eins-Zusehern ganz kurz erörtern, wie Sie sich das vorstellen? Ja, und was Sie mit einer solchen Abwehr meinen? Ja, also die WHO ist ja eine Organisation, wo man Mitglied werden muss. Und es gab ja Länder, die sind da gar nicht erst eingetreten. Ich meine, Liechtenstein ist nicht Mitglied der WHO. Und das habe ich gelesen, ich muss mal, morgen bin ich da, ich frage mal. Und ich habe dann natürlich auch gesehen, dass die USA mal plötzlich ausgetreten sind. Sind Sie schon? Ja, waren sie, waren sie, schon früher mal. Waren mal. Da ging es, glaube ich, um diese Geschichten Tabak einerseits. Und auf der anderen Seite war es mit der Ersatzmilch in Afrika. Ah, ja, ja, da war mal was. Mit der Muttermilchersatz in Afrika und so. Da gab es Konflikte. Die USA war nicht einverstanden mit der Politik der WHO und ist dann einfach ausgetreten. Und ich will damit nur sagen, die Staaten, die müssen, die können da austreten. Können einfach sagen, das interessiert uns nicht. Wir machen da nicht mit. Wir machen diesen Vertrag, wir ratifizieren das nicht. Wir machen das nicht zum eigenen nationalen Gesetz. Das Ratifizieren heißt ja, dass man eine internationale Regelung, die dort irgendwie erarbeitet wurde auf internationaler Ebene, dass man die im nationales Recht umsetzt. Das geht. Das so wird es mit vielen internationalen Abkommen, die wir auch innerhalb der EU, die werden national ratifiziert. Das heißt, ein entsprechendes nationales Gesetz wird gemacht, wo das drinsteht, was in diesem internationalen Ding vorgeschlagen wird. Und man kann einfach, da gibt es zwei Stufen meistens bei diesen internationalen Abkommen. Einmal kann man das unterschreiben, dass man das machen will. Ja. Dass man das gut findet. Das ist der erste Schritt. Sie meinen als Nation jetzt oder Sie meinen jetzt die einzelnen Bürger? Das kommt drauf an, was es ist. Manchmal ist es eine Delegation, eine nationale Delegation, die das macht. Manchmal ist es die Regierung, die das macht. Und meistens ist es die Regierung. In solchen Fällen, wenn es internationale Organisationen ist, ist es der Botschafter meistens derjenige, der das dann für den Staat praktisch macht. Der deutsche Botschafter in Genf zum Beispiel ist bei der WHO. Der ist nicht nur bei der WHO, der ist auch bei den anderen UN-Organisationen, die dort sitzen. Und der könnte das? Der macht, der kriegt den Auftrag vom Kanzleramt dann oder von der Regierung und der sagt dann, unterschreiben wir und dann macht er das für Deutschland. Schön wäre es. Ja, wenn er diese Pläne unterschreiben würde, wäre es nicht schön. Das wäre gar nicht schön. Ach so, ich habe jetzt gemeint, den Austritt. Die, den Austritt, ja, wenn er den unterschreibt, den braucht er gar nicht zu unterschreiben. Und mit der Abwehr dieser WHO-Pläne, ist es das, was Sie gemeint haben? Oder hätten Sie da noch was anderes auch gemeint, diese abzuwehren sozusagen? Naja, wenn wir sie abwehren wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass diejenigen, die das politisch umsetzen sollen, das nicht mitmachen. Das heißt, wir müssen unsere Abgeordneten eigentlich zufassen kriegen und sagen, wisst ihr eigentlich, wenn ihr dem zustimmt, was das bedeutet? Dass ihr euch selbst entmachtet, dass ihr euch ausliefert, diesem wirklich korrupten Laden, der uns schon so oft betrogen hat, der solchen Schaden angerichtet hat bei der Schweinegrippe, bei der Vogelgrippe, der uns Milliarden gekostet hat, der uns jetzt diese Spritzen dort aufoktroyiert hat, diese unsinnigen Maßnahmen empfohlen hat, der uns diese Angst gemacht hat vor einer Infektion, die offensichtlich nicht mehr Schaden anrichtet als jede normale Grippe. So ist es. Mal wieder, nicht nur das Erden, nicht nur jetzt, sondern schon vorher bei der Schweinegrippe, bei der Vogelgrippe, überall. Die haben immer wieder diesen gleichen Betrug gemacht und es ist hinterher rausgekommen und alle haben gesagt, ja, es war wohl nicht so gut und jetzt machen sie es wieder mit. Nur in ganz großem Stil. Und in derselben Organisation wollen sie jetzt die Ermächtigung, die will die Ermächtigung haben von uns, dass sie sowas nicht nur empfehlen kann, sondern dass sie das anordnen kann. Richtig. Richtig. Ja. Und dass sie auch den Druck erzeugen kann, zum Beispiel mit Hilfe anderer internationalen Organisationen, dass der Staat gezwungen wird, damit zu machen. Und kein Staat ist gezwungen bei der WHO, das zu machen. Und das Selbstbewusstsein sollten die Abgeordneten haben und sollten sagen, nein, ohne uns. Jetzt war ja zum Beispiel in Österreich der Widerstand gegen die Corona-Impfpflicht, gegen die Maßnahmen so groß, dass die Leute auf die Straße gegangen sind. Und das hat ja tatsächlich auch Wirkung gezeigt. Die Impfpflicht wurde erst mal zurückgenommen. Haben Sie die Hoffnung, darf man die Hoffnung haben, dass so etwas auch in Bezug auf die WHO-Pläne funktionieren könnte? Wenn der Wahnsinn, das ist wirklich Wahnsinn, dass eine Weltbehörde bestimmen will, wo eine Gesundheitsgefahr für die Bevölkerung entsteht und dass sie selbst dort überall präsent sein will und definieren will, wann das zu einem Risiko wird. Die wollen ja alles. Die wollen sagen, womit man das bestimmt, wie man das definiert, wie die Grenzwerte sind. Ich habe das hier erzählt, das ist ja schon mit dem Cholesterin-Grenzwert. Wenn die WHO den Cholesterin-Grenzwert runtersetzt um 40 Milligramm pro Deziliter, dann sind plötzlich 86 Prozent der Bevölkerung mehr behandlungsbedürftig. Und die Pharmaindustrie freut sich. Und die Pharmaindustrie sitzt da und finanziert die WHO. Ja, aber die WHO, Entschuldigung, die WHO will ja noch so viel mehr. Die geht ja auch an unsere Kinder. Sie hat überall ihre Finger drinnen. Die WHO will die Gender-Thematik vorantreiben, diese Verwirrung der Kinder. Sie meint es gut mit uns. Aber was gemacht wird, sind dahinter Leute, die wollen Kontrolle über den Gesundheitsmarkt haben. Die wollen uns Angst machen können, wollen bestimmen und definieren, womit sie uns Angst machen. Und das sind immer Dinge, wo sie dann was haben, was uns denn helfen soll, damit wir gesund bleiben. Das wollen sie verkaufen. Oder das ist Macht. Dass sie sagen, wenn ihr da nicht mitmacht, dann dürft ihr nicht mehr reisen, dann dürft ihr nicht mehr Bargeld benutzen, dann dürft ihr nicht mehr, kommt ihr nicht mehr an euer Konto oder den können sie uns, ja, sowas machen sie natürlich durch diese digitale Identität. Genau. Und in Kooperation mit den Datenfirmen, die da unheimliche Geschäfte machen. Naja, dafür war es ja sozusagen, das war ja schon der, wie sagt man, der Versuch, der Probedurchlauf für eine Probeübung. Ja. Abschließend, Sie haben Ihren Vortrag beendet mit den Worten, raus aus der WHO. Ja. Wir haben es vorhin ein bisschen angesprochen. Haben Sie einen Tipp oder einen Vorschlag, wie zum Beispiel so ein kleines Land wie Österreich das bewerkstelligen könnte? Ja, ich würde zu jedem einzelnen Abgeordneten gehen, in den Wahlkreisen, egal welche Partei, und versuchen, in öffentlichen Diskussionen dieses zu thematisieren. Überhaupt ins Bewusstsein zu bringen. Nein, ja, und dann zu sagen, weißt du, was das bedeutet? Genau. Und dann diese vielen Beispiele, die es da gibt, ja, und auch diese wahnsinnige Selbstüberschätzung, die aus diesen WHO-Papieren spricht. Wenn man selbst die eigenen Daten der WHO sieht, wo in der Welt überall was los ist, ist das geradezu lächerlich, die Ausbrüche. Das sind hier mal fünf Fälle, da mal acht Fälle, da passiert mal zehn Fälle. Und wenn sie denn was inszeniert haben, wie bei Ebola, wo sie das haben laufen lassen und wo sie es echt schlimmer gemacht haben, bis diese Studie da fertig war. Das war ja schrecklich, da hat man Menschen geopfert, um diese Studie, klinische Studie da zu Ende zu kriegen. Also, und wenn man dann sieht, was in Wuhan mit diesen angeschärften Viren da veranstaltet wurde, im Test, der nichtssagend ist, die WHO empfohlen hat. Und das ist ein, also, wenn man sieht, was die uns, was die uns, ja, in die Irre führen und wie sie uns für dumm verkaufen, da müsste man Politiker auslachen, öffentlich auslachen, die das nicht merken. Stimmt, ja. Wie dumm muss man sein, um nicht zu merken, dass man schon wieder betrogen wird von dieser Organisation, die ja zu über 80 Prozent finanziert wird von zweckgebundenen Geldern. Und die Leute, die das Geld geben, egal, wie das heißt, das Geld, auch manchmal sind es Staaten, die geben das Geld zweckgebunden für ihre Industrie, weil sie Biontech bei sich haben als Firma oder so. Und weil sie da einen Deal machen, dann geben sie staatliche Gelder dahin, das sind dann staatliche zweckgebundene Mittel, die kommen ja nicht von der Firma, aber für die Firma geht der Staat da was hin. Und diese ganzen zweckgebundenen Mittel, das sind über 80 Prozent. Und die Geldgeber sagen, was die WHO machen sollen. Die Geldgeber investieren dieses Geld nicht aus, ja, gut, aus Müdigkeit, sondern machen das, weil sie damit Geschäfte macht. Ja, natürlich. Ja, weil sie macht, damit sie davon sich versprechen. Und die WHO ist nichts weiter als so ein Büttel dieser Geschäfte macht. Ja, ja. Und ist korrupt bis in die Knochen, ist institutionell korrupt, der ganze Verein. Was sollen wir da Mitglied sein bei so einem institutionellen Verein? Das ist doch Wahnsinn. Was nützt der uns? Der nützt uns weder bei der Verhinderung von Seuchen, das können wir viel besser. Ja. Wenn in Österreich ein Ausbruch wäre von irgendwas Gefährlichem. Pest und Koller, das wäre innerhalb. Sofort würden andere Staaten helfen, sofort könnte man anrufen, sofort könnte man das regeln. Richtig. In der Vernetzung der Staaten, wir brauchen solche Mehrheit. Braucht man keine WHO. Das heißt, ihr Ansatz wäre, rausgehen, auch raus aus unserer Blase, muss man mal sagen, raus und das wirklich an die Leute von nebenan, dieses Wissen vermitteln und wirklich an Bewusstsein dafür schaffen, was uns da droht. Ja. So muss man es machen. Wie unsinnig und wie verrückt das ist, dass jemand den Anspruch hat, er könne weltweit was für die Gesundheit tun. Die wissen ja nicht mehr, was Gesundheit ist. Das wissen doch nur wir selber zu Hause. Wir wissen, wie wir gesund leben wollen. Was soll die WHO? Diktiert uns angeblich, was ist gesund und was nicht gesund. Setzt Normwerte fest, die Unvölligen. Ja, ja. Es ist absurd. Das heißt, man soll die Sinne schärfen, die Sinne der Menschen für das, was das Vorhaben der WHO ist. Ja. Mögens dieses Wissen verbreiten, wirklich überall darüber sprechen. Und wie kann man sich das vorstellen dann für diese Nation, für das kleine Österreich, wie das dann vonstatten gehen soll? Wer wäre dann sozusagen die zuständige Instanz, die dann sagt, so, wir machen da nicht mit? Also da müssen sich genug Abgeordnete finden, die sich trauen, innerhalb ihrer Fraktionen, innerhalb ihrer Parteien. Das hat ja mit sonstiger Politik gar nichts zu tun. Hat nur mit Verstand was zu tun. Ja. Ehrlichkeit. Und dann war es so die Linken. Und dann nachher, dann merkte man, oh, da waren aber viele, die wirklich brauchten Mindestlohn, weil die ausgebeutet wurden. Und dann war die SPD auch dafür. Und dann sagte plötzlich, ja doch, Mindestlohn, ja. Und dann nachher plötzlich war auch der Linke Flügel der CDU dafür, weil man, wie merkt man dann plötzlich, oh, das, wenn wir da früh sind, dann werden wir gewählt. Dann werden wir geliebt. Und so ähnlich müsste das gehen. Es müsste, die Vernunft muss sich durchsetzen. Ja, die Vernunft muss sich durchsetzen. Das ist auch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen, für unser sehr, sehr schönes und ausgiebiges Gespräch. Und ich danke Ihnen ganz von Herzen, dass Sie nach Ihrem anstrengenden Vortrag sich noch die Zeit genommen haben für uns. Ja. Alles für Österreich. Dankeschön. Gut. Okay. Gut.